Wenn du Wissenschaftler bist, wird dir im Laufe deines Werdeganges die unvermeidliche Einteilung in Genetik oder Umwelteinfluss eingetrichtert. Und das etwa auf der gleichen Ebene wie Coca-Cola oder Pepsi oder Griechen gegen Trojaner. Genetik oder Umwelteinfluss, diese übertrieben vereinfachende Betrachtungsweise der Faktoren, angefangen bei der Frage, wie Zellen mit Energiekrisen umgehen, bis hin zu den Einflüssen, die uns auf höchster Persönlichkeitsebene zu Individuen formen. Auf allen Ebenen herrscht diese völlig falsche Gegensätzlichkeit, in der die Genetik als Basis für jede Kausalität im Leben gesehen wird. Die DNS sei der Code aller Codes, quasi der heilige Gral, und alles würde davon bestimmt. Auf der anderen Seite haben wir die sozialwissenschaftliche Perspektive, die besagt, dass wir soziale Wesen seien und Biologie vor allem etwas für Schleimpilze. Wir Menschen wären frei von Biologie. Nun, offensichtlich sind beide Ansichten Unsinn. Stattdessen sieht man, es ist praktisch unmöglich zu verstehen, wie Biologie getrennt von den Umwelteinflüssen funktioniert. Eine der haarsträubendsten, aber weit verbreiteten und potenziell gefährlichen Ansichten ist, oh, dieses Verhalten ist genetisch bedingt. Was bedeutet das? Nun, es hat viele subtile Bedeutungen, wenn man moderne Biologie versteht. Für die meisten Leute läuft es jedoch auf eine deterministische Sicht des Lebens hinaus, verwurzelt in der Biologie und Genetik. Gene seien demnach etwas Unveränderliches und genetisch bedingtes Verhalten unvermeidlich. Man sollte lieber keine Ressourcen dabei verschwenden, es zu verändern. Genauso wenig sollte gesellschaftliche Energie in einen Versuch investiert werden, etwas zu verbessern, denn es ist ja unvermeidlich und unveränderlich. Das ist blanker Unsinn. Es wird weitläufig angenommen, dass Störungen wie ADHS genetisch bedingt sein, dass Störungen wie Schizophrenie genetisch programmiert sein. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Nichts ist genetisch programmiert. Es gibt sehr seltene Krankheiten, nur eine Handvoll und extrem wenig in der Bevölkerung vertreten, die wirklich genetisch vorbestimmt sind. Die meisten komplexen Krankheiten mögen eine genetische Prädisposition haben, eine genetische Komponente. Aber eine Prädisposition ist nicht dasselbe wie eine Vorbestimmung. Die ganze Suche nach den Ursachen für Krankheiten im Genom war zum Scheitern verurteilt, bevor überhaupt jemand daran dachte, weil die meisten Krankheiten nicht genetisch vorherbestimmt sind. Herzkrankheiten, Krebs, Schlaganfälle, Rheumaerkrankungen, Autoimmunkrankheiten generell, psychische Krankheiten, Suchtprobleme, nichts davon ist genetisch vorherbestimmt. Zum Beispiel von 100 Frauen mit Brustkrebs haben nur sieben Brustkrebs-Gene, 93 nicht. Und von 100 Frauen, die diese Gene haben, bekommen nicht alle Krebs. Gene sind nicht nur etwas, das uns unabhängig von unserer Umwelt zu einem bestimmten Verhalten bewegt. Gene geben uns unterschiedliche Möglichkeiten, auf unsere Umwelt zu reagieren. Und es scheint sogar, als ob manche frühkindlichen Einflüsse und Erziehungsweisen die Genexpressionen beeinflussen, indem verschiedene Gene an- oder abgeschaltet werden. Sie lenkt uns auf eine andere Entwicklungsschiene, die zu der Umwelt passt, der wir ausgesetzt sind. Als Beispiel. Bei einer Studie über Selbstmordopfer in Montreal untersuchte man bei Autopsien die Gehirne dieser Leute und es stellte sich heraus, dass, wenn ein Selbstmordopfer, normalerweise junge Erwachsene, als Kind missbraucht worden war, der Missbrauch eine genetische Veränderung im Gehirn bewirkt hatte, die in Gehirnen von Menschen fehlte, die nicht missbraucht worden waren. Das nennt man epigenetischen Effekt. Epi bedeutet darüber, also ist ein epigenetischer Einfluss ein Umwelteinfluss, der entweder zur Aktivierung oder Inaktivierung bestimmter Gene führt. In Neuseeland gab es eine Studie in einer Stadt namens Dundin, in der ein paar tausend Menschen von ihrer Geburt bis in ihre Zwanziger untersucht wurden. Es konnte eine genetische Mutation, ein abnormales Gen identifiziert werden, die in gewissem Zusammenhang mit der Veranlagung steht, Gewalttaten zu begehen, aber nur, wenn der Betroffene selbst Opfer schweren Kindesmissbrauchs geworden war. Ein Kind mit diesem abnormalen Gen würde nicht mehr zur Gewalttätigkeit neigen als irgendein anderes. Tatsächlich wiesen sie sogar eine niedrigere Gewalttätigkeitsrate auf als Menschen mit normalen Genen, solange sie nicht als Kinder missbraucht worden waren. Ein weiteres gutes Beispiel dafür, dass Gene nicht alles sind? Es gibt eine raffinierte Technik, mit der man ein bestimmtes Gen einer Maus unterbinden kann. Diese Maus und ihre Nachkommen haben es dann nicht mehr. Man hat das Gen ausgeschaltet. Da ist also dieses Gen, das ein Protein steuert, welches für Erinnerungen und Lernprozesse verantwortlich ist. Bei dieser fabelhaften Demonstration schaltet man das Gen aus und erhält eine Maus, die nicht mehr so gut lernt. Oh, eine genetische Grundlage für Intelligenz. Was viel weniger Beachtung fand bei dieser bahnbrechenden Studie, die von allen Medien aufgegriffen wurde, ist Folgendes. Wenn man diese genetisch beeinträchtigten Mäuse in einem viel reichhaltigeren Umfeld aufzieht als die normalen Mäuse in ihren Laborkäfigen, dann überwinden sie ihr Defizit vollkommen. Wenn man also im heutigen Sinne sagt, oh, diese Verhaltensweise ist genetisch bedingt, sofern man das überhaupt noch als gültige Formulierung verwenden kann, dann sagt die Person nicht mehr als, es gibt einen genetischen Beitrag dazu, wie dieser Organismus auf seine Umgebung reagiert. Gene mögen die Fähigkeit beeinflussen, mit der ein Lebewesen mit gewissen Umweltherausforderungen zurechtkommt. Das ist aber nicht die Version, die die meisten Leute im Kopf haben. Und ohne hier eine Predigt halten zu wollen, aber mit der alten Vorstellung, die bei dem Satz, es ist genetisch, mitschwingt, sind wir nicht weit entfernt von der Geschichte der Eugenik und anderen Dingen dieser Art. Es ist eine weit verbreitete Irrmeinung, und zwar eine womöglich ziemlich gefährliche. Die biologische Erklärung für Gewalt. Diese Hypothese der genetischen Ursache ist möglicherweise ziemlich gefährlich. Nicht einfach nur irreführend, sondern sie kann wirklich Schaden anrichten. Auf dieser Basis könnte man sehr leicht sagen, tja, man kann leider nichts daran ändern, dass einige Menschen eine Neigung zu Gewalttätigkeit haben. Alles, was wir tun können, ist, sie zu bestrafen oder einzusperren oder hinzurichten. Aber um eine Veränderung der gesellschaftlichen Umgebung und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die zu Gewalt führen, brauchen wir uns nicht zu kümmern. Sie sind irrelevant. Wenn wir verstehen wollen, was Menschen anfällig macht, müssen wir vor allem ihren Lebenshintergrund betrachten. Die alte und doch so verbreitete Idee, dass Süchte auf genetische Ursachen zurückzuführen seien, ist wissenschaftlich einfach unhaltbar. Vielmehr sind es bestimmte Lebenserfahrungen, die Menschen anfällig machen. Lebenserfahrungen, die nicht nur die Persönlichkeit und psychologischen Bedürfnisse einer Person, sondern auch das Gehirn selbst in gewisser Weise prägen. Und dieser Prozess beginnt im Mutterleib. Es hat sich zum Beispiel erwiesen, wenn Mütter während der Schwangerschaft gestresst werden, neigen ihre Kinder eher dazu, anfällig für Süchte zu sein. Und zwar, weil die Entwicklung vom psychologischen und gesellschaftlichen Umfeld geprägt wird. Also wird die Biologie der Menschen entscheidend beeinflusst und gesteuert von Lebenserfahrungen, die im Mutterleib beginnen. Umwelteinflüsse fangen nicht bei der Geburt an. Umwelteinflüsse beginnen, sobald du eine Umwelt hast. Sobald du ein Fötus bist, bist du allen Informationen, die durch Muttis Blutkreislauf fließen, ausgesetzt. Ein tolles Paradebeispiel dafür ist der sogenannte niederländische Hungerwinter. 1944 besetzten die Nazis Holland und aus verschiedenen Gründen entschieden sie, alle Nahrungsmittel nach Deutschland zu bringen. Drei Monate lang haben dort alle gehungert, zehntausende Menschen verhungerten. Der niederländische Hungerwinter hat folgenden Effekt. Als Fötus im zweiten oder dritten Trimester während der Hungersnot hätte dein Körper etwas sehr Einzigartiges in dieser Zeit gelernt. Während des zweiten und dritten Trimesters versucht der Körper etwas über die Umwelt zu erfahren. Wie bedrohlich ist es dort draußen? Wie reichhaltig? Wie viele Nährstoffe bekomme ich durch den Kreislauf meiner Mutter? Wenn du ein Fötus warst, der während dieser Zeit gehungert hat, ist dein Körper für immer darauf programmiert, sehr, sehr kleinlich mit Zucker und Fett umzugehen und jedes bisschen davon einzulagern. Sei ein niederländischer Hungerwinterfötus und ein halbes Jahrhundert später, wenn alles andere gleich ist, bist du anfälliger dafür, einen hohen Blutdruck, Fettsucht oder das metabolische Syndrom zu haben. Das ist der Umwelteinfluss, der sich hier an einer sehr unerwarteten Stelle zeigt. Du kannst richtige Tiere im Labor Stress aussetzen und ihre Nachkommen werden anfälliger dafür sein, später Kokain und Alkohol zu konsumieren. Ähnlich bei schwangeren Frauen. Eine britische Studie zeigt zum Beispiel, dass Frauen, die in der Schwangerschaft missbraucht wurden, bei der Geburt eine höhere Konzentration des Stresshormons Cortisol in ihrer Plazente hatten und ihre Kinder anschließend ein höheres Risiko für Abhängigkeiten im Alter von sieben, acht Jahren hatten. Also bereitet Stress im Mutterleib schon den Weg für alle möglichen psychischen Probleme. Eine Studie aus Israel befasste sich mit Kindern, deren Mütter vor dem Ausbruch des Krieges von 1967 schwanger wurden. Diese Frauen erlebten natürlich großen Stress und bei ihren Kindern kommt es häufiger zum Ausbruch von Schizophrenie als beim Durchschnitt der Kohorte. Insgesamt gibt es jede Menge Beweise dafür, dass pränatale Einflüsse starke Auswirkungen auf die Entwicklung des Individuums haben. Ein Charakteristikum der menschlichen Entwicklung, besonders der Gehirnentwicklung, ist, dass sie größtenteils unter dem Einfluss der Umwelt und hauptsächlich nach der Geburt stattfindet. Wenn man uns mit einem Pferd vergleicht, das vom ersten Lebenstag an laufen kann, wird offensichtlich, wie unterentwickelt wir sind. Wir können die entsprechende neurologische Koordination von Gleichgewicht, Muskelkraft und Sehschärfe nicht aufbringen, bevor wir eineinhalb oder zwei Jahre alt sind. Das liegt daran, dass die Gehirnentwicklung beim Pferd in der Geborgenheit des Mutterleibes stattfindet. Aber beim Menschen muss das nach der Geburt geschehen. Das hat einen einfachen evolutionären Grund. Unser Kopf wird größer. Das macht uns zum menschlichen Wesen. Das Heranwachsen des Vorderhirns macht die menschliche Spezies aus. Gleichzeitig gehen wir auf zwei Beinen, also wird unser Becken schmaler, um das zu ermöglichen. Wir haben also ein schmaleres Becken, einen größeren Kopf. Bingo, wir müssen unreif geboren werden. Und das bedeutet, dass die Gehirnentwicklung, die bei anderen Tieren in der Gebärmutter stattfindet, bei uns nach der Geburt passiert und vieles davon unter dem Einfluss der Umwelt. Neuronaler Darwinismus bedeutet, Schaltkreise, die passenden Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, entwickeln sich optimal. Und die ohne Input entwickeln sich nicht optimal oder vielleicht gar nicht. Wenn man ein Kind, das bei der Geburt hervorragende Augen hat, fünf Jahre in einen dunklen Raum sperrt, wird es danach für den Rest seines Lebens blind sein, weil die Schaltkreise des Sehens Licht brauchen, um sich zu entwickeln. Ohne Licht werden sogar die rudimentären Schaltkreise, die bei der Geburt aktiv waren, verkümmern und sterben. Und es werden sich keine neuen mehr entwickeln. Frühe Lebenserfahrungen prägen das spätere Verhalten in erheblichem Maß. Vor allem sind das frühe Erfahrungen, an die man sich später nicht mehr erinnern kann. Es stellt sich heraus, dass es zwei Arten von Gedächtnis gibt. Ein explizites Gedächtnis, mit dem man Erlebtes wieder abrufen kann. Fakten, Details, Episoden, Umstände. Aber diese Struktur im Gehirn namens Hippocampus, in der das wieder abrufbare Gedächtnis sitzt, fängt erst mit eineinhalb Jahren an sich zu entwickeln und ist erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt vollkommen ausgebildet. Darum erinnert sich kaum einer an die ersten 18 Monate seines Lebens. Aber es gibt noch eine andere Art von Gedächtnis, das implizite Gedächtnis, das ein emotionales Gedächtnis ist, in dem die Eindrücke und Interpretationen, die das Kind aus emotionalen Erfahrungen gewinnt, fest im Gehirn verankert werden. Dies geschieht in Form von abschussbereiten Nervenschaltungen ohne spezielle Erinnerung. Zum Beispiel, Menschen, die adoptiert werden, verspüren oft lebenslang ein Gefühl der Ablehnung. Sie können sich nicht an die Adoption erinnern. Sie können sich auch nicht an die Trennung von ihrer leiblichen Mutter erinnern, weil es nichts gibt, womit sie sich erinnern könnten. Aber die emotionale Erinnerung von Trennung und Ablehnung ist tief in ihre Gehirne eingebrannt. Daher ist es viel wahrscheinlicher, dass sie sich schneller alleine gelassen fühlen und emotional bestürzter als andere Menschen reagieren, wenn sie glauben, Ablehnung zu erfahren. Dies findet man nicht ausschließlich bei adoptierten Menschen, aber bei ihnen zeigt es sich aufgrund dieses impliziten Gedächtnisses besonders stark. Wie werden Menschen süchtig? Gemäß der wissenschaftlichen Literatur und meiner eigenen Erfahrung nach sind praktisch alle schwersüchtigen Menschen als Kinder schwer missbraucht worden oder mussten schwerste emotionale Verluste hinnehmen. Ihr emotionales oder implizites Gedächtnis kommt aus einer Welt ohne Sicherheit und ohne Hilfe. Bezugspersonen waren nicht vertrauenswürdig und Beziehungen nicht sicher genug, um sich zu öffnen und Verwundbarkeit zu zeigen. Darum ist ihre Reaktion die Vermeidung von wirklich intimen Beziehungen. Sie vertrauen Bezugspersonen nicht, auch nicht Ärzten und anderen Menschen, die ihnen helfen wollen, da sie die Welt generell als unsicheren Ort betrachten. Und das ist eine Folge des impliziten Gedächtnisses, das manchmal mit Erlebnissen zu tun hat, an die sie sich nicht einmal erinnern können. Frühgeborene müssen oft in den Brutkasten und werden mit verschiedenen Geräten wochen oder monatelang behandelt. Man weiß jetzt, dass die Gehirnentwicklung dieser Kinder verbessert wird, wenn sie nur zehn Minuten täglich berührt und am Rücken gestreichelt werden. Also ist menschliche Berührung essentiell für die Entwicklung. Und tatsächlich sterben Kleinkinder, die nie auf den Arm genommen werden. Das zeigt, wie fundamental dieses Bedürfnis, gehalten zu werden, für uns Menschen ist. In unserer Gesellschaft gibt es eine bedauerliche Tendenz, Eltern zu raten, ihre Kinder nicht hochzunehmen, weinende Babys nicht zu sich in den Arm zu nehmen, aus Angst sie damit zu sehr zu verwöhnen oder als Ansporn für das Kind die Nacht durchzuschlafen. Man nimmt sie nicht hoch, was genau das Gegenteil davon ist, was das Kind bräuchte. Diese Kinder schlafen nur wieder ein, weil sie schlichtweg aufgegeben haben und ihre Gehirne einfach abschalten. Es ist wie eine Art natürlicher Schutzmechanismus dagegen, von den Eltern zurückgelassen zu werden. Aber ihr implizites Gedächtnis wird sich an eine Welt erinnern, die sich einen Dreck um sie schert. Viele dieser Unterschiede bilden sich bereits früh im Leben. Die elterliche Erfahrung von Not und Widrigkeit, davon, wie hart oder wie leicht das Leben ist, wird an die Kinder weitergereicht. Sei es durch mütterliche Depressionen oder durch Eltern, die schlecht gelaunt sind, weil sie einen anstrengenden Tag hatten oder am Ende des Tages einfach zu müde sind. Und das hat enorme Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder, worüber wir heute viel wissen. Doch diese frühe Sensitivität ist nicht einfach ein Fehler der Evolution. Sie ist auch bei anderen Spezies weit verbreitet. Selbst in Pflanzenkeimlingen gibt es solche frühen Anpassungsprozesse an die Eigenheiten ihrer jeweiligen Umgebung. Aber bei Menschen ist es eine Anpassung an die Qualität sozialer Beziehungen. Also die frühe Kindheit. Wie viel Pflege, wie viel Streit, wie viel Zuwendung du erfährst, gibt dir einen Vorgeschmack auf die Welt, in der du wohlmöglich aufwachsen wirst. Wächst du in einer Welt auf, in der du um alles kämpfen und wachsam sein musst, dich alleine durchschlägst und lernst, niemandem zu trauen? Oder wächst du in einer Gesellschaft auf, in der man sich auf Gegenseitigkeit, ein Miteinander und Kooperation verlassen kann und in der Mitgefühl eine zentrale Rolle spielt, in der deine Sicherheit durch gute Beziehungen zu deinem Mitmenschen entsteht? Diese Ausgangsbedingungen bedürfen einer völlig unterschiedlichen emotionalen und kognitiven Entwicklung. Und genau darum geht es bei dieser frühen Sensibilität. Erziehung scheint unbewusst ein System zu sein, das diese Erfahrungen an Kinder weitergibt über die Welt, in der sie leben. Der große britische Kinderpsychiater Winnicott sagte, dass grundsätzlich zwei Dinge in der Kindheit schiefgehen können. Erstens, dass Dinge passieren, die nicht passieren sollten. Zweitens, dass Dinge passieren sollten, es aber nicht tun. In die erste Kategorie fallen die traumatischen Erfahrungen des Missbrauchs und der Ablehnung meiner Patienten und vieler Süchtigen. Das sind Dinge, die nicht geschehen sollten, aber es taten. Auf der anderen Seite gibt es stressfreie, aufmerksame, ungeteilte Zuwendung der Eltern, die jedes Kind braucht. Kinder bekommen diese sehr oft nicht. Sie werden nicht missbraucht und nicht vernachlässigt und sind nicht traumatisiert. Aber was passieren sollte, nämlich dass emotional anwesende, liebevolle Eltern da sind, fehlt ihnen wegen des Stresses in unserer Gesellschaft und in der Erziehungssituation. Der Psychologe Alan Skor nennt das proximales Verlassensein, wenn die Eltern zwar physisch anwesend, aber emotional abwesend sind. Ich habe die letzten 40 Jahre meines Lebens damit verbracht, mit den gewalttätigsten Menschen zu arbeiten, die unsere Gesellschaft hervorbringt. Mörder, Vergewaltiger und so weiter. Um die Ursachen für diese Gewalt zu verstehen. Ich habe erkannt, dass die gewalttätigsten dieser Kriminellen in unseren Gefängnissen selbst Opfer von Kindesmissbrauch gewesen waren. Und zwar von Verbrechen in einem derartigen Schweregrad, dass ich nie daran gedacht hätte, dafür das Wort Kindesmissbrauch zu verwenden. Ich hatte keine Ahnung von der abgründigen Abartigkeit, mit der Kinder in unserer Gesellschaft allzu oft behandelt werden. Die brutalsten Leute, die ich sah, waren Selbstüberlebende. Überlebende von Mordversuchen ihrer eigenen Eltern oder anderer Menschen ihres gesellschaftlichen Umfelds. Oder sie hatten miterlebt, wie ihre engsten Familienmitglieder von anderen Menschen getötet worden sind. Der Buddha lehrte, dass alles mit allem zusammenhängt. Er sagte, das eine enthält das viele und das viele enthält das eine. Nichts kann man getrennt von seiner Umgebung verstehen. Das Blatt enthält die Sonne, den Himmel, die Erde. Offensichtlich. Die Richtigkeit dieser These hat sich überall gezeigt, speziell auch in Bezug auf den Bereich menschliche Entwicklung. Der moderne wissenschaftliche Begriff dafür ist die biopsychosoziale Eigenschaft der menschlichen Entwicklung. Das bedeutet, dass die Biologie der Menschen sehr von ihrer Interaktion mit dem gesellschaftlichen und psychologischen Umfeld abhängt. Besonders der Psychiater und Forscher Daniel Siegel, der Universität von Kalifornien in Los Angeles, hat den Ausdruck interpersonelle Neurobiologie geprägt. Das bedeutet, dass die Funktion unseres Nervensystems stark von unseren persönlichen Beziehungen abhängt. An erster Stelle stehen die Eltern. Darauf folgen andere wichtige Bezugspersonen in unserem Leben und an dritter Stelle unsere gesamte Kultur. Also kann man das neurologische Funktionieren eines menschlichen Wesens nicht von der Umwelt trennen, in der er oder sie aufwuchs und weiterhin lebt. Dies behält übrigens für den gesamten Lebenszyklus seine Richtigkeit. Besonders stark kommt diese Wechselwirkung zum Tragen, solange man noch hilflos und von anderen abhängig ist und sich das Gehirn noch entwickelt. Aber es trifft auch auf Erwachsene zu und selbst noch gegen Ende des Lebens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017